Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwächen. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremd-Tod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen werden. Himmler hat die Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Der Grafenbeirat hatte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler hat die Lübeck den Westmächten im Innern wie der Himmler getreuste Vertreue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler. Ja, ist das ein Wahnsinnig geworden! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscher ein. Und holen Sie mir, Fägelein! Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Gezuchen Sie ihn! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Gezuchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir, Fägelein! 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 Aufwachen! Aufwachen! Mensch, Herr Leutnant! Wachen Sie auf! Wachen Sie auf! Muzzolini ist beim Abhauen! Der Rhein ist der Zeitgeist. Der Rhein ist der Zeitgeist. Er kann nicht aus meiner Sicht gehen. Nichts haben Sie das? Der Duce kann es tun, was er will. In Absenza des Kapitän Kerner, bin ich, der seine persönliche Begründung ist, direkt am Führer. Nein, Sie sind preoccupiert, wenn der General Volk sich arreste? Ich bin nicht der Ordnung, der General Volk. Unsere Ordnung kommen von Berlin und ich will esegue. Ich versuche, ich versuche, von Ihren Problemen. Me ne frego! Ah, Monke. Gezogen Sie die? Auf Ihren Schultern, Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Aspetto, qual è la situazione comu? Verrat! Se la ignoro, la colpa è solo va. Die Gruppe Steiner wird von Norden näher angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sovjetverbände in einem rutsetzlosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Hoche sia chiaro. Ben chiaro. L'unica cosa che ha fatto è stato bruciare le case dei Partigiani e terrorizzare la popolazione civile. Corrupt! Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da als Kanzler. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Avete ascoltato quel bugiardo di Pavolini? L'unica cosa che ha fatto è stato bruciare le case dei Partigiani e terrorizzare la popolazione civile. I fascisti stanno fluendo a Milano da tutta la Lombardia. Sempre bugie! E adesso... Vedrò io con loro! Io! Perfetto, qual è la situazione? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sovietverbände in einem rutsetzlosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden näher angreifen und sich wieder neue Plamee vereinigen. Non tradiscono noi! L'unica cosa che ha fatto è stato bruciare le case dei Partigiani e terrorizzare la popolazione. Vi hanno tradito lei! Vedrò io con loro! Sì! 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 Vedrò io con loro! Io! Du!